das heißt wir machen jetzt dieses Feld natürlich hier Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein bisschen braucht es noch, bis das Spiel anscheinend richtig geladen ist. Unter dem aber auch nichts mehr im Weg stehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So... Untertitelung des ZDF, 2020 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 1st Rund Bim bim bum 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 Totally Ein wenig Mann ist angezeigt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe doch, dass wir da jetzt noch runterdraschen können. So. So. Die Einnahmen werden jetzt dann eh wieder steigen. Ich hoffe doch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 600 mal 330 200.000 die wir da fix haben wir mal da kommt ja jetzt was dazu alles symmetrisch er macht weil jetzt und er eigentlich voll sind alles 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 So, das werden wir jetzt noch holen, die letzte Spur und dann können wir das gleich wieder abplanen, das Felder mal erledigt. Ich mache gleich an, vorne zu verbinden, ob es so passt. Mal, was auch da gefangen wird, der wahrscheinlich gleich zu zustoßen wird oder was für einen Plan hat und da werden wir euch genau ein bisschen unsere Pläne informieren. Gut. Gut, es regnet. Gut. Schubs an, aber das sehen wir gleich in der nächsten Folge. Gut. Gut.